moin und herzlich willkommen zur aktuellen video ausgabe in der day und swing trading sektion der formations trader am mittwoch dem 9 juli 2014 und der blick auf den dax der hat hier diese alte widerstandszone hier was widerstand hoppala hier was widerstand da durchgegangen wurde unterstützung stand per tagesschlusskurs bärisch aufgegeben und jetzt ist es eine potenzielle widerstandszone dass der markt jetzt sofort runter kommen muss und nicht mehr in diese zone eintauchen kann das muss es nicht unbedingt geben vorher aber noch einmal den blick zurück einmal auf den wochen start was haben wir hier gemacht wir haben hier ewigkeiten seitwärts konsolidiert vier monate lang von januar bis april dann sind wir ausgebrochen dann haben wir 1 2 3 4 5 6 wochen seitwärts konsolidiert und schaffen es dann nicht die fortsetzung zu machen sondern kommen hier nach unten wir geben hier gerade die k und d linie oberhalb der 80er marke bärisch auf wann immer der markt so etwas macht ist es mehr bullisch ich habe ihnen auch gesagt dass es mehr bullisch ist gleichzeitig habe ich ihnen immer wieder auch gesagt wenn der hier nach oben ausbricht leute potenzial ist begrenzt weil wir über den wochen start eine wichtige widerstandsmarke haben weil wir an einer psychologischen widerstandslinie sind und auch über den stunden chart zum beispiel hier diese widerstand zone bei spätestens 10.200 auf uns wartet dass der markt gar nicht erst nach oben gegangen ist und sofort nach unten gelaufen ist absolut okay wir haben aber auch gesagt wenn der das hier macht dann hat der potenzial in richtung zunächst einmal 96 die frage ist wie kann man das jetzt traden wenn man sich den stunden chart anschaut dann sieht man dass wir eine aufsteigende trendlinie haben hier unterstützung unterstützung da ist es eine potenzielle unterstützung im bereich von 9740 dazu haben wir dieser trend begrenzende linie das ist eine bärische keil formation es ist indikativ dafür dass wir erst mal hier die 96 abarbeiten müssen ob es mehr möglich ist abwarten jetzt hier gucken wir ja gerade auf daytrading möglichkeiten wenn der markt jetzt eine gegenbewegung macht was wäre eine interessante zone für die gegenbewegung gucken wir gleich mal über den 15 minuten statt ist glaube ich am aller einfachsten also erste potenzielle zone des widerstandes auf die wir treffen ist die 9840 das war hier widerstand widerstand das dreieck erinnert sich das haben wir hier bullisch getradet und das wäre dann hier eine potenzielle widerstand zone wenn er noch ein bisschen weiter durchgeht dann 988099 das ist dann die nächste wirklich größere widerstandsmarke geben wir diese aufsteigende trendlinie bärisch auf hier im bereich von 9740 dann hat der markt potenzial für eine fortsetzung es gibt hier diese trendlinie und es kann sein dass der markt dann zwischen diesen beiden linien ein bisschen ping pong spielt noch ein bisschen hoch geht aber eher wahrscheinlich ist dann dass wir hier die zone zunächst einmal bei 96 abarbeiten sollten ich wiederhole das was ich ihnen schon seitdem wir hier sind gesagt habe nämlich mittelfristiges bullisches potenzial ist extrem schwierig wenn dann kurzfristig der markt wird aller voraussicht nach eine längere konsolidierung machen möglicherweise wird der markt auch eine korrektur machen zumal hatten wir auch gesagt sp 500 in der nähe von 2000 der nasdaq in der nähe 100 in der nähe von 4000 und da gibt es besondere vorsicht walten zu lassen eine sache noch commerzbank sie wissen immer wieder gucken wir auf die commerzbank habe ihn immer wieder gesagt leute erst mal 200 tagelinie bei uns durchaus wahrscheinlich evotec schauen uns gleich an und dann ist das hier eine bärische flagge information ziel ist und ziel bleibt nach wie vor die 9 50 und ich habe so viele zuschriften bekommen dass das überhaupt nicht möglich ist stand im chart geschrieben dieser großen keil formation die wir hier gebildet hatten das wäre eine sehr interessante zone das sind aber noch mal über 13 14 prozent die der markt abgeben müsste aber ausgesprochen interessant und wenn sie jetzt sagen ja aber jetzt ist doch so dass die commerzbank strafe zahlen muss ja das hilft den bären noch mal aber der markt war schon vorher angeschlagen schauen sich das an bounce von der 200 tagelinie noch größerer bounce kaum ein bounce geht und runter schafft es noch mal das ist bärisch das ist absolut bärisch dieses szenario was sie hier im chart sehen können und das sieht man auch zeige ich ihnen einmal über die us-amerikanischen bankenindex der gesamte bankenindex ist unter problem denn wir haben hier zeichnen es noch mal ganz kurz ein eine mittelfristige trendlinie hier bärisch aufgegeben die bekämpfen noch mal diese linie versuchen es noch mal schaffen es aber nicht widerstand widerstand und genau darüber hatten wir auch in unserem webinar was kostenfrei anfang der woche endlich war darüber gesprochen dass dieser markt besonders schwach aussieht und haben wir auch über einzelwerte gesprochen ein wert was wir auch miteinander besprochen haben in unserem webinar zeige ich ihnen sehr gerne war einer sohn amazon ist nicht nur technisch schweiß und schwach sondern auch fundamental schwach klarer abwärtstrend der nasdaq ist hier amazon ist hier wir hatten gesagt entweder den kaltraden oder warten dass hier diese doppel top formation mit der nackenlinie bärisch aufgelöst wird es kann aber auch sein dass wenn er hier in die 310 kommen noch mal zurückkommen noch mal die nackenlinie testet im moment spätestens wenn wir hier diese zone bärisch aufgeben ist die wahrscheinlichkeit der fortsetzung in richtung 280 deutlich wahrscheinlicher was haben wir gerade bei evotec gesehen evotec habe ich ihnen ja auch schon vor einer weile gezeigt gehabt da kam noch mal die hauptversammlung ich glaube hier war das dann hat der markt sich noch ein bisschen erholt sieht aber ähnlich aus wie zum beispiel kommerzbank dass die stange das ist die flagge wir sind gerade dabei dass hier bärisch aufzulösen denken sie bitte daran heute haben wir fomc protokoll und das kann natürlich den markt in die eine oder andere richtung hieven darüber sich bitte im klaren sein und sie auch darüber im klaren sein dass der dax die letzten tage schon ordentlich was abgegeben hat eine sache was ich ihnen leider nicht mehr zeigen wollte konnte weil genau nachdem die ausgabe fertig war kam nämlich hier das signal jenoptik mit diesem dreieck was bärisch aufgelöst wird und schauen sich das an wie sauber hier unsere formationen funktionieren wenn sie schädeln systematisch erlernen und durchführen wollen sind sie herzlich angeladen an unserem mentor programm teilzunehmen informieren sie sich darüber was man sich aber auch klar machen muss ist jenoptik ist nur kurzfristig bärisch mittelfristig ist das eine absolut starke auch fundamental starke aktie die hier eine sehr starke entwicklung gemacht hat und jetzt eine sehr sehr lange konsolidierung macht vielleicht die korrektur macht und wenn die korrektur abgeschlossen ist ist das ding wieder mittel und längerfristig auf bullischen seite interessant jetzt kurzfristig ist das hier eine aktie die abgabedruck hat dann habe ich noch für sie kontron darüber hatten wir aber auch schon mal miteinander gesprochen gehabt zeige ich ihnen auch noch mal ganz schnell bei kontron muss man sagen dreieck über diese dreieck haben wir auch miteinander gesprochen übergeordnet hat diese aktie ja viel abgegeben aber seit etwa juli 2013 dynamische bewegung und das ist eine große bullen flagge und deswegen sage ich noch die ganze zeit leute eine konsolidierung eine gesunde korrektur gut möglich für die indizes aber kein markt wo man jetzt bärisch werden muss der hier hat potenzial abgabedruck zu entwickeln in richtung 470 dreieck kleben hier dran sind unterhalb von allen gleitenden durchschnitten spätestens wenn wir hier diese schatten 490 hinter uns lassen sollten wir nicht mehr unter die über die 51 gehen und dann haben wir potenzial für eine fortsetzung auf der bärischen seite eine noch wollen sie noch einen sehen dann haben wir hier noch software ag auch an sich eine starke aktie da haben wir sie wir haben nämlich ich will das einmal kurz über den wochenschart zeigen oh software ag ist weggestürzt also muss noch mal gucken ah ja das ist so also bullische bewegung keilformation übergeordnet bullische formation kurzfristig muss man sagen haben wir hier eine bärische keilformation bärisch aufgelöst hatte gehofft dass wir gerade noch hier kleben sich gerade auch in der bewegung dass das hier nach unten weg gebrochen ist wenn der ein pullback macht wenn der ein pullback macht in richtung 25 50 26 interessant noch einmal für eine fortsetzung der bärischen bewegung hier in diese zone nicht in einem sondern über mehrere bewegungen und auch hier noch mal mittelfristig und längerfristig ist die software ag eine sehr interessante und sehr bullische aktie neuseeland dollar schweizer franken sprechen wir immer wieder die letzten tage miteinander haben wir diese seitwärts konsolidierung bullisch aufgelöst wir haben kurzfristig eine widerstandszone um die 0 79 mittelfristig und sie müssen wissen wieder ihr einstieg ist muss man sagen haben wir eine widerstandszone aus dem weg geräumt haben es dann 12 mal getestet und machen jetzt eine fortsetzung mittelfristig ist 0 80 deutlich wahrscheinlicher als dass der markt bei der 79 fertig ist und dann hier angefangen anfangen wird ausverkauft zu werden im zudem zusammenhang auch us-dollar schweizer franken nach der bekanntgabe des fomc protokolls wenn man das traden möchte bullen flaggestange flagge über den vier stunden chart kann man sich merken hier horizontaler widerstand im bereich von 89 60 erstes ziel 09 darüber hinaus dann noch mal potenzial an die 91 für eine bullische bewegung und dann japanische jen nicht überraschend japanische jen ist negativ korreliert zum gesamtmarkt wenn der gesamtmarkt unter druck gerät dann ist der japanische jen meistens stark wenn sie anfangen indizes zu shorten und dann noch den japanischen jen long zu haben und dann noch auf gold zu setzen dann haben sie dreimal die gleiche richtung deswegen achten sie bitte auf ihr gesamtportfolio britischer fund extrem stark zuletzt hat auch hier dieses dreieck bullisch aufgelöst geht nach oben hat einen starken wochen chart darüber muss man sich im klaren sein wenn dann muss man das wirklich kurzfristig traden macht hier gerade eine bärische keil formation wenn der ganz entscheidend schauen sich das an hier widerstand 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 173 hier kurz drüber getaucht abgerauscht nicht nur wenn er den berghalt bärisch auflöst sondern wenn er die 173 bärisch auflöst dann haben wir potenzial für eine bärische bewegung wenn sie das hier drängt traden kann es sein dass er noch mal gegen zurückläuft zumal wir solange wenig unter die 173 gegangen sind auch noch die 20 tage linie im weg haben euro japanische jen zeige ich ihnen auch noch einmal da über die noch kleinere zeit dann halt über den nee auch über den vier stunden statt verzeihen sie bitte hier bären flagge dass die stange das ist die flagge und sollten wir hier spätestens unter dem schatten um die 173 90 noch konservativer 173 70 wenn wir hier drunter abtauchen mindestens 70 bis 100 pips auf der bärischen seite wenn sie die linie selbst traden wollen lassen sie uns mal gucken wo wir hier gerade sind in etwa unterhalb der 138 kann man das hier traden wenn sich nochmal 30 pips geben dann haben sie wirklich wahrscheinlichkeit größere wahrscheinlichkeit 100 pips möglicherweise etwas mehr auf der bärischen seite mitzunehmen ich danke ihnen für ihre aufmerksamkeit denken sie bitte daran der gesamtmarkt der längerfristige trend ist bullisch auch der kurzfristige trend hat sich noch nicht gewandelt zumindest in den bei den us-amerikanischen werte nicht beim dax fangen wir jetzt an tiefere tiefs zu machen werden sie nicht zu bärisch packen sie nicht alles voller bären positionen in ihr depot wenn sie mögen heute abend selbstverständlich ausgabe zu den rohstoffen und sehen wir uns natürlich für sie damit eine ausgabe zu den us-amerikanischen indizes mein name ist hamed es nach achari